Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Dauntless Video. Meine lieben Freunde, im heutigen Video werden wir uns Koshai genauer anschauen. Das heißt, ich werde dazu einen Guide machen und euch erklären, wie man dem Kollegen richtig schön ordentlich auf die Mütze gibt, ohne selbst dabei viel zu kassieren. Und bevor ich das Ganze jetzt mit euch hier mache und anfange, möchte ich ganz kurz mal eine Thematik ansprechen. Und zwar die Thematik, dass es Leute gibt, die von sich behaupten oder denken, weil sie in dem Spiel ein bisschen mehr Ahnung haben oder mehr Spielzeit als manch anderer, dass sie was Besseres sind. Ähm, solche Leute werden restlos bei mir auf dem Kanal sofort gebannt. Da mache ich keine Ausnahme. Wenn ich irgendwie merke, dass es hier jemanden gibt, der der Meinung ist, er denkt von sich, er sei der Größte oder der Tollste oder der Beste, weil er mehr Ahnung hat als andere. Ich nehme jetzt mal als Beispiel einen Kollegen, der vor kurzem unter meinen Valumir-Guide geschrieben hat, wer einen Valumir-Guide benötigt. Der sollte dieses Spiel umgehend deinstallieren und ist quasi nicht würdig, dieses Spiel spielen zu dürfen. Ähm, ich frage einfach mal ganz ernsthaft an solche Leute, wie gering muss euer Selbstwertgefühl sein, dass ihr Erfolg schon anfangt, anhand eines Spiels zu messen. Vor allen Dingen, ihr wisst niemals, wer sich hinter der Person, die ihr versucht gerade runterzumachen, verbirgt. Ja, und es ist eine sehr peinliche Angelegenheit oder Situation, wenn ihr noch in die Schule geht und da jemand ist, der erwachsen ist, ausgelernt, vielleicht sogar irgendwie, keine Ahnung, der Tätigkeit als Arzt hinterher geht und in seinem echten Leben einiges gerissen habt und ihr so jemanden ankommt und versucht, euren Erfolg im Spiel mit ihm zu messen. Das ist halt so eine typisch kindliche Situation. Deswegen, also Dauntless ist kein Wettbewerb. Es heißt One Dauntless, alle zusammen, ja. Auch wenn jetzt bald ein Rank-Modus kommt, da kann man sich messen. Aber das ist ja auch egal, da muss man trotzdem dann sportlich bleiben. Man muss ja nicht denken, nur weil man etwas besser kann als jemand anderes, dass man was Besseres ist, ne. Und das akzeptiere ich definitiv nicht in meiner Community und deswegen auch nochmal von mir die klare Aussage, wenn ihr so einen Kommentar schreibt, geht davon aus, dass ihr direkt vom Kanal perma gebannt werdet, dass man nichts mehr von euch sieht. Ihr könnt meine Videos weiterhin schauen, aber ihr werdet nicht mehr beachtet werden können von den Leuten, weil keiner eure Kommentare mehr sieht, ja. Also soviel dazu. Okay, an alle anderen Anfänger, ne, bleibt standhaft, lasst euch nicht unterkriegen. Jeder von euch kann ein guter Spieler werden. Wie das Ganze funktioniert, versuche ich euch immer wieder mit meinen Guides zu vermitteln. Und ich muss einmal in die Hände klatschen für die Leute, die immer wieder Hilfestellung in den Kommentaren anbieten. Das heißt also, wenn jemand irgendwie Fragen hat oder so, da gibt es ganz viele, die immer wieder schreiben so, yo, add mich mal in-game, ich helfe dir. Ja, selbst wenn es irgendwie um Probleme bei einem Behemoth geht. Also Props an solche Leute. So, und wir werden uns jetzt mit Koschei befassen, liebe Freunde. Das wird nämlich auch auf jeden Fall ein Kandidat sein, bei dem der ein oder andere von euch, ja, ein bisschen Probleme kriegen wird. Denn der Kollege ist auf jeden Fall, ja, äh, ich sag mal so, der hat ziemlich viele Angriffe, die einen sehr, sehr gut treffen können und eine sehr, sehr große Hitbox haben. Und wie ihr euch dagegen wehren könnt, das zeige ich euch jetzt. Wir werden heute mit dem Hammer spielen, denn ich persönlich finde, Koschei ist mit dem Hammer angenehmer zu spielen. Was auch gut funktioniert ist, jetzt kein Witz, die Warpike. Denn der liebe Koschei, der macht nämlich gerne mal so, ähm, den hier, ja, der macht nämlich mal gerne so einen Sprung und kommt dann so von oben auf euch herab. Und wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr mit der Warpike den in der Luft eingeben und dann seht ihr einfach nur, wie ihr so, pum, mit dem Kopf in den Boden reingeht und dann habt ihr Zeit anzugreifen, ja. Ich mache ihn jetzt aber mit dem Hammer und, ähm, wenn wir mit dem Hammer spielen, generell mit jeder Waffe, gibt es auf jeden Fall von mir schon mal Tipp Nummer 1. Wenn ihr nicht gerade etwas aus dem Schwanz von Koschei benötigt und YouTube, ich hoffe, dass dieses Video nicht wieder entmonetarisiert wird, ja. Ich möchte noch mal darauf hinweisen. Wir reden hier von dem Schwanz eines Behemoths, ja. Und von nichts anderem, liebes YouTube-Team. Bitte. Ähm, dann geht ihr auch nicht von hinten auf ihn drauf. Das kann ich euch nur als großen Tipp schon mal mitgeben, denn seine Angriffe mit dem Schwanz, die sind schon ziemlich übel. Also, der trifft euch fast nahezu immer damit. Außer ihr seid wirklich sehr, sehr gut und habt Ahnung, wie ihr dem Ganzen ausweichen könnt. Deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr einfach erstmal Koschei nur legen wollt, von der Seite oder von vorne angreifen. Das ist so das Beste, was ich euch als Rat schon mal mit auf den Weg geben kann. Ansonsten habt ihr noch die Chance, ihn zu interruption. Wie gesagt, wenn er im Flug ist, das geht am besten mit der Warpike oder wenn er auf seinen komischen Bodenstängel da geht, ja. Da könnt ihr ihn auch interruption. So, jetzt öffnen wir erstmal den Kampf. Schön mit einem Sprung. Jetzt läuft er nach vorne, ja. Da hätte ich jetzt keinen Sprung einsetzen dürfen. Da war ich ein bisschen zu vorheitlich. Und da kommt auch schon der Schwanzschlag. Und guckt euch das mal an. Der deckt fast eine 360-Grad-Fläche damit ab. Also, das ist schon ziemlich viel, ja. Ihr habt es jetzt selber gesehen, ne. Jetzt wisst ihr schon mal, warum ich sage, greift ihn bloß nicht von hinten an. So, jetzt ist er leider noch nicht ohnmächtig geworden. Aber ich denke, mit dem nächsten Sprung werden wir es hinkriegen. So, jetzt laden wir nochmal die Munition nach. So, das ist die perfekte Gelegenheit. Und da ist er auch schon am Staggern. Sehr schön. Und jetzt hauen wir unsere Kombo einmal schön durch. Direkt schön Volldampf hier in den Koschall rein. Zack. Jagen wir nochmal einen Blitz rein. Oh, wegrollen. Und wieder anspringen hier. Zack. Also, mit dem Hammer auf jeden Fall möglichst immer viel den Kopf anspringen. Haut euch auch ruhig gerne mal den einen oder anderen Trank rein. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtiger sein, ja. So. Ihr könnt aber auch, wenn ihr gerne möchtet, einfach auch mal hier vorne so den Sprung einsetzen. Ist egal, ob eure Munition weggeht. Ihr seht, der kriegt ordentlich Schaden dadurch, ja. Und das ist das, was ihr wollt. Ihr wollt richtig viel Schaden an ihm verteilen. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Bei den Dornengebüchen immer schön rausgehen, ne. Da müsst ihr immer schön vorsichtig sein. So, und das ist ein Moment, wo ihr ihn runterschlagen könnt, ja. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Normalerweise muss man nämlich einen aufgeladenen Schlag einsetzen. Den hätte ich jetzt noch machen müssen. Da kommt wieder der Schwanzhieb. Schön weggehen. Aber er ist schon so gut wieder wie im Stagger. Das heißt, wir sollten ihn da auch möglichst versuchen reinzubekommen. So, er haut jetzt ab. Das heißt, wir gehen raus aus den Dornen. Geht da sofort raus. Ihr seht schon, ne. Das gibt massig Schaden. Also, da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. So, jetzt machen wir wieder einen Sprung. Zack. Und da ist er wieder im Stagger. Und jetzt gibt es hier nochmal ordentlich Rambazamba auf den Kopf. Schön das Geweih kaputthauen. So. Weil dann hat er auch diese Winde nicht mehr, wenn er jetzt hier das einsetzt. Genau. Ihr seht das schon, ne. Ah, doch. Er hat doch die Bubble. Okay. Die kann man aber, wenn ihr die Warpike habt, könnt ihr die einfach zerstechen, die Bubble. Ne. Das geht. Die geht aber auch so mit der Zeit kaputt. Die kriegt Damage, die Bubble. So, jetzt ist er fast schon wieder im Stagger. Ja, sehr schön. Zack. Blitz raushauen. Hammersprung drauf. Und Damage. Und wieder den Blitz raushauen. Zack. Draushauen. Sprung. Und zack. Blitz raushauen. Schadensboost. Sprung. Zack. Und tot, ja. Also, ihr seht, ne. Wenn ihr den einmal so drinne habt, dass der richtig Schaden kassiert, dann geht die ganze Kiste auch relativ schnell. Also, das ist dann kein Problem, den zu legen, den Kollegen. Und, wie gesagt, von vorne oder von der Seite angreifen, ist somit Abstand die beste Methode, um gegen ihn klar zu kommen. Ähm. Ich würde sagen, auch wenn ich sie nicht so gut kann, ich versuche es einfach mal, Leute. Ich versuche euch jetzt einfach mal zu demonstrieren, wie man mit der Warpike gegen ihn gut kämpfen kann. Wollen wir jetzt mal ganz kurz gucken hier. So, zack. So, da müssen wir jetzt ganz kurz schauen. Da müssen wir nämlich an unserem Equipment ein bisschen was verändern. Und zwar brauchen wir jetzt einmal von Quillshot die Jacke. Genau. Und dann brauche ich einmal von hier. Genau. Zack. So. Und dann müssen wir jetzt mal schauen. Wir haben jetzt Wutjäger. Genau. Dann machen wir nämlich noch jetzt Überwältigen rein. Hier. Wo haben wir es? Überwältigung. Bipp, 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 bipp. Habe ich da noch eine Freie von? Nein, ne? Okay. Dann nehmen wir einfach mal Fänge des Infernus. Die hauen wir jetzt hier rein. So. Hier haben wir eine Zelle der Gerissenheit. Zelle der Grausamkeit. Zelle des Raubtiers. Das heißt, wir hauen hier auch noch mal eine Zelle der Grausamkeit rein. Moment. So. Zack. Ähm. Wir haben jetzt Raubtier auf... Bipp, 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 bipp. Ne. Grausamkeit haben wir jetzt auf plus neun. Da brauchen wir gar nicht. Ne. Okay, da können wir eine Zelle der Gerissenheit noch mit reinhauen hier wieder. So. Zack. Dann haben wir nämlich Gerissenheit auf sechs. Grausamkeit auf sechs. Dann haben wir Leitungen auf sechs. Das ist auch ganz gut. Überwältigung. Wutjäger auf plus sechs. Und dann haben wir noch ätherische Regulation. Das sollte eigentlich alles passen. Das ist eigentlich ein ziemlich stabiler Bild. Wir haben auch ein bisschen Ausdauern alles mit drin. Dann melden wir uns jetzt direkt nochmal für Koschei an. Der wird jetzt natürlich mit der Warpike einen kleinen Ticken länger dauern, Leute. Weil damit ist es halt einfach Fakt, dass es was länger dauert. Ist aber nicht schlimm. Wir haben auch erschütternde Ladungen drin. Das ist ganz wichtig. Die brauchen wir auf jeden Fall. Denn ihr könnt provozieren, dass er seinen Sprung einsetzt. Und könnt ihn jedes Mal, wenn er den Sprung macht, interrupten. Und so ist das echt ein relativ simples Spiel gegen ihn. Das Einzige, was nicht funktioniert, ich weiß es nicht, ob es an der Hitbox liegt oder ob das wirklich mit Absicht so ist. Ich kriege den nicht, wenn er auf seiner Bodenstange ist runtergeschossen. Das bekomme ich einfach nicht hin. Ich stand schon vor dem, hab dem da einen Schuss reingedrückt. Ich gehe mal davon aus irgendwie, dass die Warpike das nicht schafft oder dass die Hitbox sehr, sehr komisch ist. Aber es hat nicht funktioniert. Ah, okay. Der ist auch direkt in der Nähe von unserem Spawn. Das heißt also, wir haben einen relativ schnellen Run sogar. So. Bip, bip, bip. Kann euch nämlich jetzt auch demonstrieren, wie ihr mit der Warpike den ziemlich gut interrupten könnt die ganze Zeit. Dann habt ihr jetzt zwei, sag ich mal, zwei Waffen gesehen, wie man ihn spielen kann. Und dann sollte das auch kein Problem mehr für euch darstellen, da demnächst gegen Kurscheid zu kämpfen. So. Erstmal hier die Sachen einsammeln. Zack, zack. So. Dann machen wir den Jump'n'Run hier kurz. Der müsste auch schon direkt da oben sein. Da ist er auch schon, ne? Dann schon mal die Warpike rausholen hier. Denkt dran, am Anfang setzt er immer seinen Schuss ein mit dem Schwanz da. Deswegen direkt weggehen. Und wegrollen. Jetzt laden wir die Munition schon mal auf. Denkt dran, ne? Schwanz ist immer so eine Sache. Vorsichtig sein. Ich gehe jetzt mal was weiter weg. Ah, jetzt setzt er den Schuss ein. Das kann jetzt sein, dass der gleich angesprungen kommt. Und zack, in der Luft abschießen. Seht ihr? Und dann, plopp, liegt er direkt auf dem Boden. Und ihr habt die Chance hier, richtig schön Vollgas zu geben. Und da geht er auch gleich schon fast in den Stagger. Seht ihr? Ah, jetzt habe ich natürlich keine Ausdauer gehabt. Aber nicht so schlimm. Und jetzt können wir richtig schön Damage machen. Vielleicht auch mal den ein oder anderen Stechangriff einsetzen, um ihn einfach zu verwunden, ja? So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter zurück hier. Ich haue mir mal eine Heilung rein. So, und direkt wieder. Zack, liegt er auf dem Boden. So, jetzt können wir hier schön gucken, dass wir drauf einhacken, ne? Damit wir hier ein paar Verwundungen hinzufügen. Die Munition direkt aufladen. Und die Wunde angreifen. Da kommt nämlich der ordentliche Schaden durch. Da seht ihr auch schon, der brennt auch schon richtig, ne? So, dann macht er seine eigenen Dornen kaputt, der Trottel. So, jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter weg. Es kann sein, dass er jetzt... Ah, kommt er wieder angesprungen, zack. Ne? Seht ihr? Ihr könnt das so ein bisschen provozieren. Immer wenn ihr weiter weg geht, schon direkt anlegen. Und wenn er nicht springt, dann könnt ihr ja noch immer rollen, ne? Das ist der Vorteil bei der Warpike. Ihr habt ja immer die Chance, noch zu rollen. So, jetzt haben wir ihn wieder im Stagger. Direkt die Munition aufladen. So, hier können wir ihn noch verwunden. Das machen wir jetzt auch direkt. Und wegrollen hier. Greift nämlich schon an hier. So, dann gehen wir ein Stück zurück. Okay, der haut jetzt erstmal ab in den Untergrund. Hier könnt ihr einfach wieder die Taste drücken, womit ihr das Behemoth immer sucht. Ja? Wo ihr direkt das anvisiert. Dann seht ihr nämlich, wo der auch rauskommt. So, dann gehen wir jetzt wieder ein Stück zurück. Ja, er geht schon wieder in den Untergrund. So, jetzt wieder die Taste die ganze Zeit drücken. Und irgendwann... Ah, da hinten kommt er raus. Und zack, in der Luft anschießen. Ja, siehste? Ja, ganz einfach, ne? Ganz einfache Kiste mit dem Kollegen. Da hat er keine Chance. Das ist für den auf jeden Fall äußerst unangenehm. Wie der hier kassiert. So, und wieder nachladen. Das kann jetzt sein, dass er abhaut. Deswegen wieder die Taste drücken. Ja, der ist auch abgehauen. Wahrscheinlich nach da hinten. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg dahin. Also, ihr seht, mit der Warpike ist es sogar noch einen Ticken angenehmer als mit dem Hammer, ja? Man muss doch nicht, weil es der überkranke Warpike-Spieler sein, um das zu schaffen. Also, wie gesagt, es ist richtig, richtig simpel. Einfach ein bisschen Übungssache und dann kriegt ihr das genauso hin. Und dann macht ihr euch das Leben deutlich einfacher damit. So, da haben wir ihn auch schon. Jetzt schießt er wahrscheinlich gleich wieder seine Stacheln. Also, vorsichtig. Ah, zack. Aber schon angelegt, ne, der Kollege. Ja, jetzt kommt der Klauenangriff. Direkt wegrollen am besten. Und wieder wegrollen. Und draufschlagen. Und wegrollen. Ah, jetzt bin ich aus der Seite zur Seite gerollt. Da kommt der Schwanzangriff, ne. Seht ihr schon wieder? Riesengroße Fläche, die er damit abdeckt, der Kollege. Klauenangriff, wegrollen. Wir gehen mal ein bisschen nach hinten. Ah, jetzt ist er zu schnell gesprungen. Kann passieren. Halb so wild. Dann im letzten Moment einfach eine Rolle machen. So, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen weg hier. Und jetzt provozieren wir, dass er seinen Sprung einsetzt. Ah, okay. Er geht jetzt erstmal in den Untergrund. Das ist gut. Weil er setzt dann sehr häufig seinen Sprung gerne mal ein. Nein, macht er jetzt diesmal aber nicht. Dann gehen wir einfach ein bisschen näher ran an ihn und provozieren so, dass er seinen Sprung einsetzt. Jetzt kommen erstmal hier die Stacheln. Meistens setzt er danach aber seinen Sprung ein und das tut er auch wieder. Seht ihr? Also das ist einfach ein bisschen, ne. Seid ruhig ein bisschen provokant, ja. Einfach richtig schön, immer schön ihn wieder triggern. Dass er den einsetzt. Das ist eure Stärke. Ah. Kollege. Jetzt hast du mir hier meine Ausdauer, ne. Jetzt kommt wieder das Horn. Deswegen immer schön auf den Kopf gehen auch. Der ist auch gleich im Stagger. Ah, jetzt ist er eh tot. Also, ne. Ihr seht, das ist eine Sache, die kann sehr gut funktionieren und ist gar nicht mal so schwer, ja. Also, ich denke, das sollte jeder von euch einigermaßen gut hinbekommen. Und ich bin jetzt nicht der überkranke Warpike-Spieler. Deswegen, Leute, ich hoffe, dass der Guide euch geholfen hat. Falls ja, lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da und eine Bewertung. Und danke schön nochmal an jeden, der meinen Creator-Code nutzt. Vielen, vielen Dank an jeden dafür. Und nicht vergessen, Glocke an Ehrenmann. Lasst ein Abo da, wenn ihr in Zukunft keine Guides mehr verpassen wollt. Und schaut in den regelmäßigen Livestreams vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss.